Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute ist es endlich soweit. Es gibt den neuen Monster-Espresso bzw. Espresso-Monster. Klingt so ein bisschen wie aus der Sesamstraße, sollten Kinder aber auf keinen Fall konsumieren, denn hier sind drei Espresso-Shots drin. Und bei Energydrinks und Koffein bin ich immer so ein bisschen vorsichtiger, deswegen stelle ich die auch nicht so häufig vor, weil da dreht der Guru immer noch mehr am Rad. Und ich habe schon so ein Grundlevel an Energie in mir, sage ich mal. Und wenn ich da noch Energydrink hinterher kippe, dann explodiere ich. Dann läuft der Vulkan über. Kaffee trinke ich aber trotzdem ganz lecker. Der wirkt bei mir auch ziemlich stark, aber geht auch schnell wieder weg. Deswegen bin ich so ein leichter Kaffee-Junkie. Und deswegen teste ich auch ganz gerne die Espresso-Monster, weil das ja auch mit Kaffee ist. Es sind drei Espresso-Shots hier. In jeder Dose sind drei Stück drin. Und es ist aber auch noch Taurin drin und so dieses typische Vitamin B6 und Niacin, was man so in Energydrinks findet. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Eiskaffee finde ich nämlich auch super lecker. Aber wenn ich mir vorstelle, man kombiniert einen Eiskaffee mit einem Energydrink, wirkt das auf mich im ersten Augenblick erstmal abartig und ekelhaft. Aber ich glaube, es könnte auch ganz gut schmecken. Jetzt wahrscheinlich auch ist es ein Milchmischgetränk. Also Kaffee wie so ein Eiskaffee. Ich glaube, das schmeckt. Ich bin gespannt, hat Taurin eigentlich einen Geschmack? Bei Taurin nickt man halt immer an Red Bull und an diese extreme Gummibären-Süße. Und das könnte ich mir auch nicht mit Kaffee vorstellen. Aber schauen wir mal. Ich habe jetzt auf jeden Fall Bock, die mit euch zu testen. Das ist Mittagspause. Ich muss noch ein bisschen was schaffen. Wahrscheinlich arbeite ich danach wie ein Fräckchen im Hamsterrad. Keine Ahnung. Superschnell. Oder ich merke es erst heute Abend, wenn ich im Bett liege. Das wäre ein bisschen zu spät. 1,69 Euro kosten die übrigens. Ich habe die jetzt im Rewe gekauft. Die gibt es auch im Edeka und überall. Vielleicht gibt es die auch manchmal im Angebot für 1,49 Euro. Ich würde tippen, dass das ungefähr so in sich in dem Bereich auch bewegt. Habt ihr die eigentlich auch schon mal gesehen? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Ich habe auch neu gesagt, weil die sind schon seit 2, 3 Monaten, sind die schon auf dem Markt. Aber mir hat es auch gedauert, dass ich mal bereit war für Koffein. Leicht schütteln soll man sie. Durch mein Rumgewackel habe ich das, glaube ich, schon gemacht. Ich fange mit der Sorte an. Jetzt fange ich den überhaupt an. Espresso und Milch. Und das andere ist, oh, Vanille und Espresso. Das ist schon mal sehr gut. Da habe ich die richtige Dose aufgemacht. Denn Vanille muss man ja auch erschmecken. Und wäre ich mit Vanille angefangen, hätte ich wahrscheinlich den Kontrast zu dem normalen gar nicht mehr bemerkt. Wahrscheinlich denkt ihr auch, wie viel Kaffee hat in der Junk-Cut-Guru heute schon getrunken? Dass der hier so redet wie unter Strom. Ich habe schon 3 Espresso heute getrunken. Und habe mir gerade auf die Hose gekleckert. Aber das ist jetzt egal. Wir wollen uns erst mal nach dem Geschmack beurteilen. Riecht ganz lecker, wie so ein Dosenkaffee. Ich mag ja auch Mr. Brown als Dosenkaffee. Schmeckt etwas dünner als Mr. Brown. Auf jeden Fall. Aber schmeckt lecker. Schmeckt richtig gut. Und Kalorien, Nährwerte und Details gibt es wie immer am Ende. Ich kann schon mal spoilern. 100 Milliliter haben 56 Kalorien. Schmeckt richtig gut. Also wenn ich Bock habe auf einen Kaffee und es gibt nirgends so einen heißen Kaffee im Sommer, würde ich mir den nochmal kaufen. Ist lecker. Wirklich gut gelungen. Hätte ich dir nicht zugetraut. Jetzt geht es weiter mit Vanille, ihr Lieben. Mal schauen, wie das schmeckt. Vor allem den Geschmack nach Kaffee. Dass da Taurin drin ist oder das andere, hätte ich so nicht ausgeschmeckt. Ist auch was wirklich Gutes, ja. Jetzt kommen wir zu Vanille. Übrigens noch alles richtig schön gekühlt, ja aus dem Kühlschrank. Farblich sind die sowieso ziemlich ähnlich, ne. Genau, gar kein großer Unterschied. Ich gönne mir jetzt noch einen Schluck. Noch ein bisschen süßer, die Vanille. Aber nicht so geil, wie erwartet. Ich hätte gedacht, dass die Vanille viel, viel besser schmeckt. Ist okay, aber nicht so geil, wie erwartet. Das schmeckt mir der Vanille-Eis-Kaffee von Mr. Brown. Schmeckt mir besser, muss ich sagen. Also den Triple Shop, den würde ich mit Vanille sieben Punkte geben. Der Vanille hat für mich viel mehr Potenzial. Aber den normalen hier, Espresso und Milch, der bekommt von mir acht Punkte. Ist wirklich lecker, das ganze Video schmeckt gut. Ist gut gelungen. Hätte ich nicht gedacht. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss.